Bei Buderos Edelstahl am Standort Wetzlar werden aktuell 67 Azubis gewerblich, sechs kaufmännisch und 13 Dualstudierende ausgebildet. Neben den sechs Ausbildungsberufen bieten wir auch verschiedene duale Studiengänge an. Zur Auswahl stehen zum Beispiel Elektrotechnik, Maschinenbau und Mittelstandsmanagement. Die Ausbildungswerkstatt ist mit 20 modernen Maschinen, zahlreichen Laboren und Schulungsräumen ausgestattet. Die praxisnahe Ausbildung bei Buderos Edelstahl, die frühzeitige Einarbeitung in die Produktionsbetriebe und die breit angenehnte Grundlagenausbildung machen unsere Azubis fit für die Zukunft. Unsere zukünftigen Auszubildenden erwartet eine interessante und abwechslungsreiche Ausbildung in einem mittelständischen Industrieunternehmen mit einer großen Produktpalette. Die unterschiedlichen Ausbildungsinhalte werden in unserer eigenen Ausbildungswerkstatt vermittelt. Dort können wir mit einem engagierten Ausbilderteam die Azubis individuell fördern, um gut ausgebildete Fachkräfte auf ihre zukünftige Tätigkeit vorzubereiten. Wir bieten unseren Auszubildenden flexible Arbeitszeiten, ein motiviertes Ausbilderteam und umfangreiche Praxiserfahrung. Auch außerhalb des Lehrplans gibt es viele Aktivitäten, wie zum Beispiel Teambuilding-Veranstaltungen, Gesundheitsförderprogramme, den Konzern-Lehrlingstag oder ein Austauschprogramm. Die Ausbildung hat für Buderos Edelstahl seit jeher einen sehr hohen Stellenwert. Als einer der größten Arbeitgeber und Ausbilder in der Region nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst und begleiten unsere Jugendlichen bestmöglich in die berufliche Zukunft. Durch die eigenständige Organisation der Ausbildung und den Investitionen in moderne Ausrüstung werden unsere jungen Fachkräfte optimal auf die Anforderungen unserer Betriebe und Fachabteilungen vorbereitet. Wir bieten neben der Berufsausbildung zahlreiches fachspezifische Zusatzschulungen, aber auch persönlichkeitsbildende Seminare an. Wir investieren viel Zeit und Energie in unsere Jugendlichen, um für die Zukunft top ausgebildete Fachkräfte an den richtigen Positionen beschäftigen zu können. Bei uns lernst du Hightech in Theorie und Praxis kennen. Wir bieten dir persönliche Betreuung, individuelle Entwicklungsprogramme und langfristige Jobperspektiven in der Region. Starte auch du deine Ausbildung bei Föst Alpine. Alle Infos findest du auf foestalpine.com slash lehre auf unserer Facebook-Karriere-Seite und auf unserem Instagram-Kanal. Föst Alpine One Step A Hand